Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich und fühle mich irgendwie auch geehrt, dass ich im Rahmen des Studium Generales der Universität Heidelberg heute einen Vortrag nachhalten darf. Es geht um Luxus und Nachhaltigkeit, breites Feld, schönes Bild, vielleicht, vielleicht auch nicht. Nein, ich werde Ihnen keinen Vortrag über Elektro-SUVs halten, es wird ein wenig komplizierter. Die Themen, mit denen ich mich heute befassen will und ich will gleich vorhersagen, ich will und kann keine abschließende Antwort geben, was ist Luxus, was ist Nachhaltigkeit, wie hängt es zusammen, sondern ich möchte Sie vielmehr einladen, sozusagen mit mir gemeinsam und anhand einiger empirischer, sozialforscherischer Befunde einfach mal darüber nachzudenken, was es sein könnte. Also meine Themen sind einmal kurze Überlegung, was ist Luxus, aber nicht eine Begriffsbestimmung. Dr. Krauss hat gesagt, das ist so vielfältig und breit, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit Nachhaltigkeit, das zweite Thema. Dann Ergebnisse einer Studie, die Szenarien und Leitbilder für eine ressourcenleichte Gesellschaft entwickelt und mit Bürgerinnen und Bürgern aus allen sozialen Schichten, Altersgruppen und so weiter dann diskutiert hat, könnte vielleicht interessant sein. Eine andere Studie, die sich Trendradar zur Ressourcenpolitik nannte und das Ganze will ich mit einen wenigen Thesen zusammenfassen und zur Diskussion stellen. Luxus, schau mal im Duden nach, der sagt, der den normalen Rahmen übersteigender, nicht notwendiger, nur zum Vergnügen betriebene Aufwand. Andere sagen ganz was anderes, der Graf von Faber-Castell als Unternehmer, das, was man sich normalerweise nicht leisten kann, aber dennoch gönnt. Genau. Oder Moritz bleibt treu als Schauspieler, Luxus bedeutet für mich Zeit zu haben, zu machen, was ich will. Eine Hotelier, Gastronomin aus Wien, Work-Life-Balance, das ist heute der westeuropäische Luxus. Sie kennt ihre Klienten, nehme ich an. In der Tat, am 19. November, das ist der Welt-Toiletten-Tag, Stand Toiletten sind in Nigeria ein großer Luxus. In der Tat, etwa die Hälfte der Nigerianer, das sind 80 Millionen, genauso viel wie Deutschland Einwohner hat, haben keine wirklichen Toiletten. Oder der Philosoph Lambert Wiesing sagt, Luxus, das ist der Dadaismus des Besitzens. Was er damit genau macht, weiß ich auch nicht. Schau, wie man das so gerne macht, nochmal bei Wikipedia nach. Was Luxus bedeutet, ist relativ und hängt stark von soziokulturellen und ethischen Standards ab. Luxus unterliegt dem sozialen Wandel. Na zum Glück, da fühle ich mich nämlich wieder auf eigenem Terrain. Soziale, kulturelle, ethische Standards, das ist der Wertewandel, das sind Wertorientierungen, Lebensstile, Milieus und der soziale Wandel ist ebenfalls ein Thema. Warum jetzt Nachhaltigkeit? Ganz kurz ebenfalls, was ist Nachhaltigkeit? Nochmal Wikipedia, ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, in dem eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme, Klammer auf, vor allem Lebewesen und Ökosysteme gewährleistet werden soll. Wichtig, das wird uns nämlich im Weiteren beschäftigen, ist diese Zweiheit von Lebewesen und Ökosystemen. Ich glaube, da werden wir noch mit zu tun haben. Ganz alt, aus dem 18. Jahrhundert stammt die Definition von dem Forstwissenschaftler, man darf nicht mehr Bäume fällen, als nachwachsen können. Das ist nachhaltig und vielleicht leicht zu merken. Wie gehen wir derzeit mit unseren natürlichen Ressourcen um? Der Global Footprint Network hat mal so eine Berechnung angestellt. Die Ressourcen, die wir verbrauchen, waren sind sozusagen diejenigen, die die Erde reproduzieren kann, aufgebraucht. In den 90er-Jahren kamen sie da auf den 7. Dezember. Also die Ressourcen für ein Jahr halten ein Jahr. Das wurde immer kürzer. November, Oktober, August. Im Jahr 2019 sind wir bereits am 29. Juli an dem Punkt, wo die Ressourcen, die sich generieren können, aufgebraucht sind. Danach leben wir sozusagen auf Pump oder überanspruchen die eine Erde, die wir haben. Wir bräuchten fast zwei Erden. Wenn alle Menschen weltweit auf dem Niveau leben würden, wo wir in Deutschland leben, wären die Ressourcen sogar am 3. Mai aufgebraucht, sozusagen im Drittel eines Jahres. Wir bräuchten sogar drei Erden. Dass das auf Dauer nicht so viel Bäume fällen, wie nicht mehr Bäume fällen als nachwachsen können, nachhaltig sein kann, leuchtet ein und offensichtlich besteht Handlungsbedarf. Für diese notwendige Reduktion des Ressourcenverbrauchs gibt es unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Berechnungen. Die kommen auch nicht alle auf das Gleiche. Man muss sie vielleicht auch nicht auf die Goldwaage oder jede Zahl extrem wörtlich nehmen. Ich beziehe mich mal auf die Berechnung des Wuppertal-Instituts auf der Basis von MIPS oder Material Input Pro Service Einheit, der ein grundsätzliches Maß ist, mit dem die gesamte Inanspruchnahme von Energie, Materialströmen, Rohstoffen und so weiter erfasst, addiert wird und das für die gesamte Wertschöpfungskette vom Mining bis zum Produktion, Verbrauch, Entsorgung und so weiter. Nach dieser Berechnung verbrauchen wir heute in Deutschland 40 Tonnen natürlich Ressourcen, im Sinne von MIPS. Tragfähig, langfristig nach diesen Berechnungen wären acht Tonnen unter der Voraussetzung, dass alle Menschen auf der Erde das gleiche Recht haben, gleich viel zu verbrauchen. Einige Gesellschaften liegen noch deutlich drunter, haben Nachholbedarf und wohl auch ein Nachholrecht, aber in Deutschland nach dieser Berechnung müssten wir den Ressourcenverbrauch um den Faktor 5 kürzen. Nach den drei Erden müssten wir ihn um drei kürzen, aber irgendwie müssen wir ihn wohl kürzen. Wenn übrigens jemand nachvollziehen will, wie viele Ressourcen er persönlich braucht, gibt es auch vom Wuppertal-Institut bereitgestellt, einen Ressourcenrechner, der berechnet diesen ökologischen Rucksack, das, was jeder durch seinen Lebensstil selbst an Ressourcen verbraucht. Kann man sich mal im Internet anschauen. Einen Hinweis will ich jetzt gerade noch geben. Ich werde verschiedene Quellen zitieren, Hinweise geben. Bitte schreiben Sie es nicht mit. Ich habe es am Ende alles noch mal zusammengefasst, auch wieder so viel, dass Sie es nicht mitschreiben können. Unter sociodimensions.com auf meiner Website werde ich die wichtigsten Folien und alle Literaturhinweise und Quellenangaben ab morgen bereitstellen. Wenn es also jemand interessiert, können Sie es dort nachlesen. Sie brauchen es jetzt nicht mitschreiben. Aber zurück zu dieser Acht-Tonnen-Gesellschaft. Wie würde denn das im Alltag aussehen? Was bedeuten Sie für den Alltag? Auch wieder Berechnung des Wuppertal-Instituts. 20 Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Hauptsächlich vegetarische Ernährung, vielleicht einmal pro Woche Fleisch. 10.000 Kilometer motorisierte Mobilität im Jahr und dabei keine privaten PKW benutzen. Wo bleibt da noch der Raum für Luxus? Um mal zu sehen, wie diese Acht-Tonnen-Gesellschaft denn jetzt konkret aussehen könnte, haben wir dieses Projekt durchgeführt, Szenarien und Leitbilder für eine ressourcenleichte Gesellschaft. Vorstellungen entwickeln jetzt nicht für die technische Seite, da gibt es die Berechnungen, das haben Sie gesehen und alles mögliche andere, sondern für die sozialen und kulturellen Voraussetzungen, die eine nachhaltige Lebensweise a ermöglichen, b aber auch angenehm und attraktiv hoffentlich in irgendeiner Weise machen. Die Studie wurde durchgeführt im Auftrag des Umweltbundesamts zusammen mit dem Wuppertal-Institut, mit dem ich eben auch zusammenarbeite, den Zukunftsforschern von Z-Punkt und ebenso zu Dimensions zwischen 2013 und 2017. Sie hatte drei Schritte, Hintergrundrecherchen und die Definition, was ist denn dieses seltsame ressourcenleicht und ressourcenleichte Gesellschaft. Dann die Entwicklung von normativen Szenarien als Leitbilder, wie die aussehen könnte und dann eine empirische Reflexion dieser Leitbilder mit Bürgerinnen und Bürgern aus den verschiedensten Gruppen der Gesellschaft. Schritt eins, Ergebnis, die Definition, eine ressourcenleichte Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die die planetaren Grenzen einhält, diese eine Erde in ihrer Regenerationsfähigkeit eben nicht übernutzt, den Zugang und die Nutzung von ressourcengerecht verteilt und eine hohe Lebensqualität bietet und individuelle Entfaltung ermöglicht. Also eine Gesellschaft mit einem leichten ökologischen Rucksack, in der es sich trotzdem leicht und angenehm leben lässt und in der es vielleicht eben dann doch Raum für Luxus gibt. Zweiter Schritt, Szenarien. Was sind das? Wozu braucht man die? Szenarien sind Erzählungen über die Zukunft, wie sie sein könnte. Sie sind keine Vorhersagen. Es gibt das schöne Bonmot. Vorhersagen sind immer schwierig, vor allem wenn sie mit der Zukunft zu tun haben. Also keine Vorhersagen, sondern einfach unterschiedliche Entwürfe, was sein könnte. Sozusagen von heute ausgehend den Raum des Möglichen vorstellbar machen, beschreiben und deswegen dieses seltsame grammatikalische Wort, verschiedene Zukunftte im Plural. Die Zukunft ist nicht festgelegt, sondern offen. Das sollten wir berücksichtigen. Das sollte man, wenn man von heute aus denkt, was möglich ist, immer mit Bedenken. Es gibt verschiedene Wege und genauso funktioniert die Szenario-Methode. Man geht davon aus, was hat sich bisher getan, welche Entwicklungen, Trends, Tendenzen sind denn heute festzustellen. Die sind oftmals widersprüchlich, gehen nicht alle in dieselbe Richtung. In Zukunft wird vielleicht das eine stärker, das andere schwächer werden. Sie werden sich umkehren oder brechen und so weiter. Aber indem man die ineinander Bezug setzt und kombiniert und unterschiedliche Kombinationen berücksichtigt, hat man so den Raum der Möglichkeiten. Genau das haben wir getan in diesem Projekt. Erstmal die verschiedenen Entwicklungen, Trends, auch ihre Akteure und so weiter, Lösungsmöglichkeiten analysiert. Diese in die Zukunft fortgeschrieben, etwa mit dem Zeithorizont 2030, 2040. Dann, weil das so viele Faktoren und kompliziert und unübersichtlich war, durchaus mit der Hilfe einer Software, die sich Parmenides nennt, alle Kombinationen durchgespielt und dabei diejenigen ausgewählt, die a, plausibel, in sich stimmig, möglichst widerbruchsfrei sind und dann die verschiedenen Szenarien gut, möglichst gut voneinander abgegrenzt, nicht überlappend. Insofern kamen wir zu fünf verschiedenen Szenarien, die dann auch mit der Hilfe von Experten, die sich in der Materie auskennen, als Erzählungen angereichert und beschrieben wurden und die eben zeigen, wie eine ressourcenleichte Gesellschaft aussehen könnte. Nochmal, das waren normative Szenarien, in dem Sinn, dass hier eine Norm vorgegeben wurde, nämlich die Gesellschaft soll ressourcenleicht, leichter Rucksack und leicht lebbar sein. Andere denkbare Szenarien, für die es natürlich heute auch genug Tendenzen gibt. Die Menschheit zerfleischt sich im Krieg um die knappen Rohstoffe oder wir ersticken alle unter einer Hitzeglocke und so weiter. Diese Szenarien wurden hier nicht mit berücksichtigt und gebildet, sondern eben normative, die eine ressourcenleichte, angenehme Gesellschaft beschreiben. Jetzt will ich Ihnen kurz diese Szenarien einmal vorstellen. Das erste Szenario, die müssen dann auch einen Titel haben, haben wir wirtschaftsfreundliche Ökologisierung genannt. Das geht davon aus, dass sich Wachstum und Ressourcenverbrauch irgendwie entkoppeln lassen. Dazu helfen technische Innovationen, erneuerbare Energien, die Kreislaufwirtschaft und so weiter. In dieser Gesellschaft gibt es hohe Investitionen in Wissenschaft und Forschung. Gesteuert wird das Ganze trotzdem mit marktwirtschaftlichen Instrumenten, Anreize, Steuern, Emissionshandel, einige Regeln. Es herrscht ein ausgeprägter Wettbewerb um Ideen, um Leistung, um die beste Lösung und so weiter. Die Menschen sind leistungsbereit und erfolgsorientiert. Ein Szenario. Das zweite Szenario haben wir genossenschaftliche Regionalität genannt. Hier ist alles auf die Nähe ausgerichtet. Regionale, dezentrale Strukturen, kurze Wege, wenig Transport, wenig motorisierte Mobilität. Es geht alles zu Fuß mit dem Fahrrad oder ähnlich. Die Wirtschaft beruht auf kleinen, mittleren Unternehmen, die in der Region verankert sind, ihre Leute kennen. Es herrschen die genossenschaftlichen Prinzipien der Kooperation. Gemeinwohl, Fairness spielt eine Rolle und im Konsum wird viel geteilt, getauscht, verliehen. Also die Sharing-Economie, das Nutzen statt Besitzen blüht, die genossenschaftliche Regionalität. Das dritte Szenario haben wir verordnete Mäßigung genannt. Hier werden die Ressourcen durch eine strikte Beschränkung geschont. Jeder Bürger und jede Bürgerin kriegt pro Jahr ein festgelegtes Bürgerressourcenbudget. Das heißt, so viele Punktesystem, so viele Ressourcen darf man verbrauchen, sozusagen wie zweite Währung. Mehr gibt es einfach nicht für niemand. Das wird online auf einer Chipkarte gespeichert, kann man abrufen, jederzeit kontrollieren. In der Wirtschaft werden deswegen möglichst Produkte hergestellt, die möglichst wenig verbrauchen, wenig Input haben und die Bürger entwickeln Strategien, um das zu strecken, indem sie auch was gemeinsam nutzen, tauschen, reparieren, weiterwerten und so weiter. Die verordnete Mäßigung ist übrigens gar nicht so abseitig. Es ist gerade von Lothar Meier ein Buch, die CO2-Bremse erschienen, das ein CO2-Budget für jeden Bürger vorsieht. Im renommierten Ökom-Verlag. Können Sie auch noch nachlesen. Das vierte Szenario haben wir freiwillige Genügsamkeit genannt. Hier ist Einfachheit, aber auch existenzielle Sicherheit und Entschleunigung das Prinzip. Es gibt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es wird über Steuern auf den Ressourcenverbrauch finanziert. Dadurch wird der Verbrauch auch minimiert. Die Leute sind flexibler, unabhängiger in der Erwerbstätigkeit, müssen nicht jeden Job annehmen, müssen aber auch nicht viel arbeiten, haben deswegen mehr Zeit, um was selber zu machen für Freunde, Familie oder einfach für Ruhe und Muße. Es entsteht ein freiwilliger, bewusster Konsumverzicht, eben die freiwillige Genügsamkeit. Und das Ziel von Staat, Wirtschaft, Gesellschaft ist nicht mehr die Steigerung des Bruttosozialproduktes, sondern ein Bruttosozialglück, vielleicht nach dem Vorbild von Buta. Das fünfte Szenario haben wir dematerialisierter Globalismus genannt. Hier wird die Wertschöpfung komplett immateriell verlagert zu wissensintensiven Dienstleistungen. Potenziale der Digitalisierung und der Automatisierung werden für Ressourcenschonung genutzt, aber auch die globale Arbeitsteilung, das alles wird dort produziert, wo es den wenigsten Aufwand, den wenigsten Input an Ressourcen erfordert, nach dem Prinzip der Competitive Advantages. Und Deutschland beschränkt sich halt darauf, Wissen, Know-how, Blueprints, Technologien für Umwelt- und Ressourcenschutz und so weiter zu entwickeln, zu exportieren, importiert dafür Waren aus Gegenden, wo sie einfacher, leichter hergestellt werden können, hat aber strenge Kontrollen, dass das alles sozial gerecht, sozialverträglich und umweltverträglich hergestellt wird, was da importiert wird. Das waren die Szenarien. Jetzt haben Sie wahrscheinlich auch schon so Ihre Gedanken dazu und genau die Gedanken unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger wollten wir in Erfahrung bringen in dieser empirischen Studie, die ich dann in diesem Konsortium durchgeführt habe. Da ging es um Fragen, wie werden die Szenarien verstanden, was ist attraktiv, was wird akzeptiert, was wird abgelehnt, welche Zusammenhänge gibt es eventuell zwischen unterschiedlichen sozialen Lagen, Lebensstilen und Wertorientierung. Das Ganze haben wir, so macht man das heute, gerne, in einer sogenannten moderierten Online-Community durchgeführt. Das ist ein geschützter Bereich im Internet, wo Leute von uns eingeladen werden und dann eben drei Wochen lang über die Themen Ressourcen, Ressourcenleichtigkeit, die Szenarien und so weiter in verschiedener Art diskutieren, uns ihre Meinung sagen, aber auch in Foren, Sie sehen das, wie das so ausgesehen hat, da auf der rechten Seite, auch in Foren miteinander diskutieren konnten, eigene Ideen einbringen konnten und so weiter. Insgesamt 90 Teilnehmer aus allen sozialen Milieus. Das war eine eher qualitative Studie, also relativ kleine Stichprobe, dafür lange Dauer intensive Diskussionen, nicht nur was, sondern auch warum wollte man verstehen und in dem Sinne nicht im statistischen Sinne repräsentativ mit Zufallsauswahl, sondern wir haben die Leute gezielt ausgesucht, aber eben sichergestellt, dass alle Altersgruppen, alle sozialen Schichten, alle Lebensstile und Wertorientierungen, die ganze Vielfalt, das ganze Spektrum an Unterschieden, die es in der Gesellschaft gibt, da eingefangen und ja, dass die Stichprobe sozusagen das abbildet, auch wenn sie nicht im statistischen Sinne repräsentativ ist. Es ging darum, die Szenarien eben einfach aus der Perspektive alltäglichen Lebens zu verstehen. Bevor wir uns mit den Szenarien beschäftigt haben, haben wir uns mit den Begriffen Ressourcen und auch Ressourcenleichtigkeit beschäftigt, die Leute einfach mal gebeten aufzuschreiben, was fällt ihnen denn zu Ressourcen ein. Das kann man jetzt mit so einer Art Igel-Darstellung darstellen, da gibt es Sachen, die sind eher positiv getönt, andere sind negativ getönt, haben sie auf der rechten Seite. Viele sind neutral, da wird der Verbrauch genannt, Öl, Wasser und Wald, Holz, dass sie wertvoll sind, ganz, ganz, ganz stark, dass sie knapp sind, gängige Basics der Volkswirtschaftslehre irgendwie auch, Verteilungskämpfe und so weiter. Aber auch hier wurden relativ häufig Zeit, Mensch, Human Resources, Arbeitskraft und so weiter als Ressourcen genannt. Also auch hier aus der Alltagsperspektive ist das, was da definiert wurde, die Ökosysteme und Lebenswelten, die Lebenwesen, hier der Mensch als Lebewesen, die sich regenerieren müssen, spielen offensichtlich eine Rolle. Bewahrung der Regenerationsfähigkeit von Ökosystemen und Lebewesen. Ressourcenleichtigkeit ist natürlich kein gängiger Begriff, den muss man etwas erläutern, aber man kann ihn auch mal zur Diskussion stellen und da kam ein ganz merkwürdiges Ergebnis. Eigentlich zwei Kategorien, zwei Cluster. Das eine ist verantwortungsvoller, vorausdenkender, weitsichtiger ökologischer Umgang, unter anderem leichtfertig, sorglos, ineffizient, ignorant, eben nicht nachhaltig. Wir haben uns schon ein bisschen gewundert, haben die uns falsch verstanden? Irgendwie, und das waren die häufigeren, irgendwie scheint da so mit zu schwingen, Ressourcenleichtigkeit ist sowas wie Ressourcenleichtsinnigkeit. Kommt dann schlechtes Gewissen zum Ausdruck, ein Unbehagen, wie es ist, Kritik am derzeitigen Umgang? Ich denke schon, denn wenn man sich mal anschaut, was sind so die Normen, Richtlinien in der Gesellschaft, an denen man sich orientiert, die passen irgendwie nicht richtig zusammen, da gibt es eine Dissonanz. Einerseits, was als Norm anerkannt, Prinzipien der Nachhaltigkeit, umweltbewusstes Handeln im Alltag, Schonung der Ressourcen, Einhaltung der planetaren Grenzen. Auf der anderen Seite dominiert die Gesellschaft irgendwie Leistungen, zwar immer mehr, effizient sein, im Wettbewerb bestehen, die Dinge schneller gebacken kriegen, alles soll sich steigern. Ich verweise auf das Buch das Steigerungsspiel des Bamberger Soziologen Gerhard Schulze, der das sehr schön beschreibt. Und das Wachstum ist einfach eine Voraussetzung, diese Steigerung ist eine Voraussetzung, dass wir unser Niveau, unseren Wohlstand stabil halten können. Das passt irgendwie nicht. Genau daher kommt das, was vielfach beklagt wird, die Kluft zwischen Einstellung und Verhalten. Die Leute tun nicht, was sie sollen oder eigentlich tun sie auch nicht, was sie sagen, dass sie wollen würden. Es entstehen Scham, Schuldgefühle, vielleicht auch Hilflosigkeit. Und irgendwie hat man den Eindruck, Nachhaltigkeit ist in diesem Dilemma eher ein Luxus, den wir uns nicht leisten können, wenn wir die Gesellschaft stabil halten wollen. Wie sieht es jetzt mit den einzelnen Szenarien aus? Ich will die Szenarien jetzt nochmal aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, die wir gefragt haben, darstellen. Sie haben jetzt nicht auswendig gelernt, wie die Szenarien beschrieben wurden und können sich nicht mehr an alles erinnern. Das ist hier aber auch nicht wichtig, sondern es geht um die einzelnen Dinge, die die Szenarien sozusagen nur als Stimulus genommen, die den Leuten, die mit uns gesprochen haben, die da mitreflektiert haben, die ihnen dazu eingefallen sind. Attraktiv daran ist in der wirtschaftsfreundlichen Ökologisierung attraktiv. Die Delegation der Verantwortung an Staat, Wirtschaft, Wissenschaft, die machen das, der technische Fortschritt löst die Probleme, es wird alles verlässlich reguliert. Weniger attraktiv? Man glaubt nicht so richtig daran, dass der Staat das wirklich macht. Der Staat gilt entweder als zu schwach, der kann sich der Wirtschaft und den vielen Lobbys und so weiter, sieht man ja schon beim Dieselfahrverbot oder beim CO2-Ausstoß von Autos. Also der Staat kann sich da nicht durchsetzen oder der Staat will das vielleicht auch gar nicht. Also das wird so nicht funktionieren. Für andere ist Regulierung, Steuern und so weiter immer leistungs- und wettbewerbs- und innovationsfeindlich. Das mag man nicht so. Und dann haben noch einige darauf aufmerksam gemacht. In dieser wirtschaftsfreundlichen Ökologisierung werden die sozialen Probleme, die uns ja heute auch schon beschäftigen, gar nicht adressiert. Wo bleiben die denn? Insgesamt kann man sagen, aus Sicht der Bevölkerung ist wirtschaftsfreundliche Ökologisierung ein weiter so mit einem ökologischen Vorzeichen. Viel muss sich da nicht ändern. Um der Sache noch ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen und auch um den Leuten Gelegenheit zu geben, vielleicht das auszudrücken, was sie so direkt nicht sagen können oder wollen, haben wir eine Methode angewandt der Zielgruppenprojektion. Wir haben die Teilnehmenden an dieser Online-Community gebeten, mal eine Person zu beschreiben, die sich in dieser Welt der wirtschaftsfreundlichen Ökologisierung vollkommen fühlt. Dann haben wir sie gebeten, auch eine Person zu beschreiben, die sich da überhaupt nicht wohlfühlt. Und dieses Um-die-Ecke-Denken kann sehr interessant sein, weil es so ein Gefühl dafür gibt, was ist so insgesamt die Stimmung, wie fühlt sich dieses Szenario denn an. Also die Person, die sich hier wohlfühlt, ist eine Angestellte mittleren Alters, Familienmensch, bodenständig, vernünftig, sucht Genuss und bequemes Leben und so weiter. Könnte sagen, das ist so ein Klischee, des Durchschnittsmenschen. Wer fühlt sich da nicht wohl? Ein älterer Mann, alleinlebend, stockkonservativ, spießig, bieder, desinteressiert an allem, was in der Welt passiert, liebt deftige Hausmannskosten mit möglichst viel Fleisch. Also wir haben die vielen Nennungen, das war natürlich nicht ein Bild, wir haben die verdichtet und typisiert, aber das war so ungefähr, was rauskommt. Das ist der Hinterwäldler, könnte man ihn nennen. Aber das ist jetzt interessant und zeigt, wie sich dieses Szenario anfühlt. Eigentlich kann man nämlich nichts dagegen haben. Jeder und jedermann fühlt sich irgendwie damit schon einverstanden und höchstens der allerletzte, der es noch gar nicht gerafft hat, eben nicht. Dieses Szenario hat also eine relativ gute Akzeptanz, kann man mal sagen. Gutes, ja. Zweites Szenario, die genossenschaftliche Regionalität. Sie erinnern sich, alles schön, ja und so weiter. Was ist attraktiv daran? Natürlich die Gemeinschaft, die Nähe, die Geborgenheit, diese harmonische Gesellschaft. Die Entlastung von Zumutungen, die uns die Globalisierung heute bringt, eben auch Wettbewerb im internationalen Feld, vielleicht auch Zuwanderung und alles, was so Probleme macht. Hier ist alles nah beieinander und harmonisch. Viele rückwärtsgewandte Sehnsüchte auch. Barrieren, das ist halt auch ein bisschen eng und provinziell und langweilig und was Neues erlebt man da auch nicht. Besonders Jüngeren hat es eigentlich gar nicht gefallen. Small is beautiful, könnte man so die Wahrnehmung zusammenfassen. Und wer fühlt sich dort wohl? Die Sozialarbeiterin mit einem gewissen alternativen Touch. Gemeinschaftsorientiert, Naturlebend, ein bisschen introvertiert. Ihr könnt auch noch die lila Latzhose dabei nennen. Aber so ein gewisses moderates Identifikationspotenzial für mittlere und ältere Altersgruppen, so richtig, ja, manche finden das ganz nett. Und wer fühlt sich da nicht wohl? Der Manager eines internationalen Großkonzerns, der exklusive Freizeitaktivitäten hat, viel beschäftigt, aber auch gestresst, extrovertiert. Naja, so möchte, wenn man nicht selber einer ist, möchte man eigentlich so auch nicht sein. Also, aber diesem Szenario, das sieht man auch, steht irgendwie die Wirtschaft ein bisschen entgegen. Drittes, Sie erinnern sich, die verordnete Mäßigung mit dem Bürgerressourcenbudget. Attraktiv, ja, das wird schon funktionieren, das muss funktionieren. Und endlich mal Regeln, die für alle gelten. Und Zwang auf die Wirtschaft muss auch sein, anders reagiert die Wirtschaftsjahr nicht. Und man hat, so im Sinne eines Echtzeit-Ressourcenrechners, man hat tatsächlich Transparenz und Information. Wie viel brauche ich denn? Wie viel kann ich mit gutem Gewissen verbrauchen? Wann verhalte ich mich umweltschädigend? Das weiß man ja in der Tat sonst oft nicht. Also, das ist attraktiv daran. Barrieren, irgendwie geht es doch auf Kosten der Lebensqualität. Zwang für einen selbst, wie für alle, ist irgendwie nicht mehrheitsfähig. Und dann auch sehr interessant, es hat jede Menge subversive Fantasien hervorgerufen. Ah, das System kann man unterlaufen, das würde ich auch unterlaufen. Da entsteht dann Schmuggel, Fälschung von den Punkten und Punktekarten, die Mafia mischt sich ein und so weiter. Also, diese Art von Zwang, ja, weg subversive Fantasien. Das wäre die Öko-Diktatur und alle kämpfen dagegen an. Wer fühlt sich da wohl? Niemand. Wer fühlt sich nicht wohl? Alle. Das Ganze ist, waren auch die Aussagen dazu, allenfalls nach einer dramatischen Katastrophe als Notfallsszenario dann wirklich denkbar. Die freiwillige Genügsamkeit hatte doch viele attraktive Punkte. Ein anderes Verständnis von Lebensqualität. Es wird einfacher, man wird entlastet, mehr Zeitwohlstand, man kann die Dinge ruhiger angehen. Man hat eben mehr Zeit für Selbsttätigkeit, selbstbestimmte Zeitverwendung, die Dinge selber machen. Und dieses Grundeinkommen, da sagt man, ja, also wenn das möglich wird, das wäre eine echte Wende. Das könnte man sich auch noch vieles andere vorstellen. Also das würde vieles ändern. Man kann sich zwar nicht richtig vorstellen, aber das wäre ein grundlegender Wandel, da kann man sich auch noch viele andere Veränderungen vorstellen. Barrieren, Abkehr der nötigen Effizienz, Wettbewerbs- und Wachstumsprinzipien und damit verbundene Ängste. Wenn wir nicht mehr wachsen, dann gibt es eine wirtschaftliche Abschwärtsspirale. Wir stürzen ins Bodenlose und so weiter. Also alles bricht zusammen. Keiner strengt sich mehr an, jeder liegt auf der faulen Haut, nichts funktioniert mehr. Andere lehnen aus moralischen Gründen leistungsfreies Einkommen ab. Andere lehnen wieder für sich selbst und für andere überhaupt die Forderung nach Verzicht ab. Aber insofern, dieses Szenario ist einerseits stark polarisierend, in seiner Realisierbarkeit irgendwie auch irritierend, aber man merkt auch irgendwie untergründig auch durchaus faszinierend. Und was ähnliches merkt man auch bei diesen Zielgruppenprojektionen. Wer fühlt sich da überhaupt nicht an? Das ist ein sehr guter Wobel. Eine jüngere, hier definitiv Frau, Teilzeit beschäftigt im Sozialberuf, weltoffen, aktiv, lebenslustig, kommunikativ, kulturell interessiert, umweltbewusst und irgendwie mit sich und der Welt im Reinen. Ich könnte sagen, die Nachhaltigkeitspionierung drin. Nicht jeder ist so, aber so richtig ablehnen, sowas zu sein, tut man irgendwie auch nicht. Ein gewisses Identifikationspotenzial. Wer fühlt sich da überhaupt nicht wohl? Der inzwischen, die Zeit ist ja auch irgendwo vorbei, älter gewordene, männliche Jappi. Der ist leistungs- und erfolgsorientiert, modetrendbewusst, liebt die exklusiven Freizeitaktivitäten, irgendwie reich, aber irgendwie auch ein bisschen einsam und vielleicht auch ein bisschen unglücklich. Also damit kann man sich dann auch wieder nicht identifizieren. Man sieht auch hier diese Faszination, die das Szenario hat und es ist ganz offensichtlich weiblich. Das letzte Szenario, die attraktiv ist, Know-how, Wissen als Zukunftsressource, wie viel wird nicht darüber gesprochen, hier wird es realisiert. Die Ökologie als Geschäftsmodell, als Exportschlager, Deutschland als Marktführer und Vorreiter, vor allem junge und gehobene Gruppen finden das sehr attraktiv. Aber es gibt auch viele Barrieren. Das Erste, es verstärkt oder zementiert zumindest Ungleichheiten, sowohl national als auch global. Die Ausweitung des Dienstleistungssektors, die Erfahrung haben irgendwie schon etliche gemacht, geht immer einher oder oft einher mit einer Präkarisierung der Arbeitsverhältnisse. Der Verlust der industriellen Basis führt zur Abhängigkeit vom Ausland. Es hat eine chauvinistische Komponente. Deutschland als Vorreiter war noch nie gut. Es gibt böses Blut im Ausland und so weiter sind dann die Kommentare. Und auch die Frage, wird hier nicht der Ressourcenverbrauch sozusagen nur externalisiert, ins Ausland verlagert? Irgendwo müssen die Dinge hergestellt werden. Also so ganz versteht man auch nicht, wie dieses Szenario funktionieren soll. Auffällig, dass es hier sozusagen ein Paradox der Zielsetzungen gibt. Diejenigen, die vor allem wirtschaftliche Ziele wichtig sehen und nicht die nachhaltigen, finden es relativ gut. Diejenigen, die vor allem Nachhaltigkeitsziele den oberen Stellenwert geben, finden es wegen seiner sozialen Implikationen fragwürdig. Also das ist irgendwie in sich auch gespalten. Und wer fühlt sich wohl? Ein Akademiker mit technischem Beruf, der Ingenieur, gehobener Lebensstil, weltoffen, tolerant, auch kulturell interessiert, pragmatisch, ideologiefrei, aber nachhaltigkeitsbewusst. So ein etwas oder gut privilegierter Ökotechnokrat, mäßiges Identifikationspotenzial. Wer fühlt sich überhaupt nicht wohl? Der Industriearbeiter, hat Hauptschule, Lehre, einfache Ansprüche, aber orientiert sich am Preis der Waren, pessimistisch in Bezug auf die Zukunft und darauf bedacht, seinen Lebensstandard irgendwie zu halten. Die Verlierer der Globalisierung, könnte man sagen, und in jedem Fall kein Identifikationspotenzial, sondern so die Projektion von Sorgen. Nochmal zusammengefasst und ganz deutlich zugespitzt, wie fühlen sich diese Szenarien an? Die wirtschaftsfreundliche Ekologisierung ist die Green Economy, die genossenschaftliche Regionalität ist die heile Welt, die verordnete Mäßigung ist die Ökodiktatur. Die freiwillige Genügsamkeit ist viel mehr als Genügsamkeit. Die ist so die Perspektive, eine andere Welt ist denkbar. Und der dematerialisierte Globalismus ist die Globalisierung, wie man sie kennt, mit ihren Gewinnern und Verlierern. Welche Luxuspotenziale stecken denn da drin? In der Green Economy, der Luxus, man muss selber nichts machen, im eigenen Alltag muss man nichts ändern. Die genossenschaftliche Regionalität, wir leben auf der Insel der Seligen. Die verordnete Mäßigung, immerhin weiß man, woran man ist. Weiß man oft nicht, könnte auch eine Art Luxus sein. Die freiwillige Genügsamkeit hat, glaube ich, hier zitiere ich Ulrich Schachtschneider, der auch zu einem ökologischen Grundeinkommen, das sich aus Ressourcensteuern finanziert, gearbeitet hat. Und er nennt das die Angstfreiheit im Wandel. Ich kann mich auf Neues einlassen, ohne Angst zu haben, ins Bodenlose zu stürzen. Und der dematerialisierte Globalismus, da hat man Luxus, wenn man eben zu den Gewinnern dieses Szenarios gehört. So viel zu den Szenarien. Ich will noch auf einige, drei Trends zu sprechen kommen und dann zum Schluss. Hier ging es wieder um die nicht-technischen Möglichkeiten. Die technischen Möglichkeiten, das machen andere, keine Sozialforscher. Die technischen Möglichkeiten sind auch oft besser bekannt. Also es geht um die nicht-technischen Potenziale. Auch hier eben nicht nur neue Technologien braucht man für Nachhaltigkeit, sondern veränderte Verhaltensweisen und soziale Praktiken. Das Ziel, gesellschaftliche Entwicklungen und Trends beobachten, verstehen und zu sehen, wie wird dadurch die Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen verstärkt oder auch verringert. Ebenfalls im Auftrag des Umweltbundesamts, diesmal zusammen mit den Partnern Ecologic Institut, Institut für Zukunftstechnologien und Zukunftsstudien und Technologieentwicklung und ebenso so Dimensions. Wieder drei Schritte. Hier möchte ich mich auf den dritten Schritt beschränken. Also erst wurden die Trends identifiziert, dann das Ressourcenschonungs- oder Nutzungspotenzial evaluiert und dann wiederum, machen wir eben gerne mit einer moderierten Online-Community, 117 Teilnehmenden aus allen sozialen Milieus, das ganze Spektrum der Gesellschaft, in dem Fall diese Trends diskutiert. Ich kann da auch nicht alle Trends jetzt vorstellen, ich will nur einige rausgreifen. Wir hatten verschiedene Fragen gestellt, wird dieser Trend denn wichtiger werden und warum? Wird dieser Trend mein persönliches Leben positiv beeinflussen oder negativ und warum? Und finde ich diesen Trend eigentlich interessant und spannend. Ich hänge mich mal an dem letzten auf, welche Trends sind denn besonders spannend? Neue Zeitregime und Entschleunigung, mit Abstand am häufigsten als spannend genannt. Jeder Dritte hat sich das sozusagen für die tiefer gehende Beschäftigung ausgesucht. Dann natürlich die Digitalisierung, die Digitalisierung der Arbeitswelt, die Digitalisierung des Privaten, das will ich im Folgenden einfach mal kurz zusammenfassen. Und ebenfalls besonders interessant und mit positiver Erwartung für das eigene Leben verbunden, neue Paradigmen für Wachstum und gesellschaftlichen Wohlstand. Also sowohl Zeit als auch neue Paradigmen des Wachstums und des Wohlstands sind spannend und mit positiven Erwartungen für das eigene Leben verbunden. Die Digitalisierung eben vor allem, weil sie in Zukunft wichtiger wird. Was gibt es zur Digitalisierung zu sagen? Ich muss nochmal vorweg schicken, man muss natürlich diese Sachen dann in eine Sprache übertragen, die eben Menschen aus allen sozialen Schichten, Bildungsgruppen und so weiter nachvollziehen können. Deswegen haben wir hier gesagt, die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt oder Computer bestimmen unser Privatleben. Konsens, dass es in Zukunft wichtiger wird, in den Auswirkungen sehr ambivalent beurteilt. Positiv ist Bequemlichkeit, man hat Zugang zu allem und jederzeit, viele Sachen am Computer machen Spaß, interessant, neue Herausforderungen. Es gibt auch andere Möglichkeiten für die Arbeit, flexibler, bessere Work-Life-Balance, ist natürlich ein gigantischer Wachstumsfaktor. Irgendwie gibt es auch Ressourcenschonung, so ganz viel fällt einem da nicht ein, aber das papierlose Büro, vielleicht weniger Pendlermobilität, weniger Geschäftsreise und so weiter. Negativ, man ist mehr und jederzeit verfügbar, der Chef kann einen jederzeit erreichen, die Arbeitslosigkeit steigt durch Robotisierung und Automatisierung, schlechter Gebildete haben schlechte Chancen am Arbeitsmarkt und sehr oft die Befürchtung, so realweltliche Erfahrungen, authentische zwischenmenschliche Begegnungen, das wird immer weniger. Na gut, kann man sagen, Kulturpessimismus, aber es sind einfach auch wichtige Sorgen. Besonders erwähnt, wenn es um die Arbeit geht, auch sozusagen Beziehungsarbeiten, wo Mensch mit Mensch arbeitet, Ärzte, Pflegende, Lehrende und so weiter. Man erwartet davon auch eine noch stärkere Zeitverdichtung, man muss immer mehr erledigen oder ist einfach ein Zeitfresser und man weiß und denkt, der Energieverbrauch und bestimmte kritische Rohstoffe, Lithium, Koltan, was man so kennt, wird dadurch noch stärker in Anspruch genommen. Interessant finde ich dabei, jetzt kommen wir nochmal, auf die Regenerationsfähigkeit der Ökosysteme und der Lebewesen zu sprechen. Hier stehen, jetzt mal rot markiert, soziale Aspekte sehr viel stärker im Vordergrund, sehr viel häufiger thematisiert, sehr viel intensiver diskutiert als die ökologischen Aspekte, um die man zwar weiß, die aber irgendwo auch seltsam blass bleiben. Bei den neuen Paradigmen für Wachstum und Wohlstand haben wir gesagt, ein gutes Leben wird möglich, ohne dass die Wirtschaft wächst, das glauben nur wenige, dass das passieren wird, aber viele meinen, dass es ihr Leben positiv beeinflussen könnte, nämlich von den immerhin 120 Leuten gut die Hälfte, das ist schon eine Menge. Und hier stößt man aber, hatten wir eigentlich auch schon, auf Paradoxien. Das eine ist mathematisch logisch klar, ein endloses Wachstum in einer endlichen Welt ist eigentlich nicht möglich, außer man entkoppelt es total vom Ressourcenverbrauch, aber auch das ist wenig wahrscheinlich. Und dann das Paradox, dass ich sozusagen dieses Wachstum, also zumindest in Deutschland braucht man nicht unbedingt immer mehr und mehr, man möchte aber auch nicht weniger haben. Und offensichtlich braucht man dieses Wachstum, die Steigerung, um das Niveau stabil zu halten. Wir haben irgendwie das Gefühl, wir leben auf rutschenden Abhängen, wir müssen immer weiter hochklettern, während der Abhang gleichzeitig rutscht, also immer weiter steigen, nur um das Niveau zu halten. Das gibt schon manchmal einen Knoten im Kopf. Zusätzlich gibt es die Erfahrung im Alltag, vor allem in letzter Zeit, dass diese Gleichung Wachstum und Wohlstand gar nicht mehr aufgeht, denn um wachstumsfreundliche Bedingungen zu schaffen, müssen zumindest etliche auf einiges verzichten. Der Sozialstaat muss verschlankt werden, Lohnverzicht muss geübt werden und so weiter. Also um wachstumsfreundliche Bedingungen zu halten, hat nicht jeder was davon. Und es ist eben einfach anstrengend und wird offensichtlich für viele immer anstrengender. Es ist die Frage, ist ein Ausstieg aus diesem Hamsterrad möglich? Ist das ein Luxus und wäre der vielleicht mit Nachhaltigkeit verbunden? Ich komme nochmal dazu. Drittes Thema, neue Zeitregime und Entschleunigung. Diskutiert unter dem Titel, wir haben alle mehr Zeit. Wie schon gesagt, mit Abstand am häufigsten genannt. Drei Viertel erwarten sich davon positive Auswirkungen. Und es gibt, so wie es diskutiert wurde, viele, viele Querbezüge zu vielen anderen Trends. Zum Kulturwandel der Arbeitswelt, zu den Work-Life-Balance, aber auch zu Unsicherheit, Ungleichheit, zu Postwachstum und noch vielen anderen. Und ich will hier an der Stelle vielleicht als Erklärung oder weiteres Argument, wieso Zeit so wichtig ist, den Jena-Soziologen Hartmut Rosa aus einer Studie einmal zitieren. Der sagt, Zitat, Menschen aus mehr oder minder allen sozialen Gruppen und in mehr oder minder allen entwickelten Ländern stimmen in empirischen Studien in überwältigendem Maße der Aussage zu, dass sie nie Zeit finden, das zu tun, was sie eigentlich tun wollen. Und nachzulesen in Rosa 2013 und die Sammlung der empirischen Belege in Rosa 2005 zu finden. Rosa sagt auch, diese Beschleunigung, dieser Zeitmangel ist eine Art gebrochenes Versprechen der Moderne. Wenn man unter der Moderne das Versprechen eben versteht, es wird alles vernünftiger, aber eben besser, technisch gelöst, leichter zu leben, sicherer, man ist von den Launen der Natur unabhängig und so weiter, dann scheint das so nicht zu funktionieren. Auf einmal ist man von den Launen der Märkte, von der Klimakrise und anderen ökologischen Krisen auf einmal wieder bedroht. Das Versprechen der Moderne scheint irgendwie nicht eingelöst zu werden. Etwas ganz Ähnliches hatten Adorno und Horkheimer schon mit der Dialektik der Aufklärung, dass der Fortschritt eben auch destruktive Kräfte entfesselt. Aber hier ist die Frage, und Rosa ist da zumindest recht optimistisch, dass sozusagen neue Zeitregimes eine Möglichkeit wären, eventuell dieses Versprechen der Moderne eben doch noch einzulösen. Und damit komme ich zum Schluss und zur Zusammenfassung. Nachhaltigkeit und Luxus. Die erste These lautet, wir haben gesehen in den empirischen Studien, die dezidiert zu Ressourcennutzung, Umweltschutz und so weiter, als Thema stattfinden, dass immer ökologische und soziale Aspekte thematisiert wurden. Die Rohstoffe, die Energie, Nahrungsmittel, Wald, Luft, CO2, Wasser, aber eben auch Stress, Zeitnot, Unsicherheit, Ungleichheit, Unvorhersehbarkeit, Krisenanfälligkeit und diese Sachen. Dabei ist die Schonung, und da kommen wir nochmal auf diese normative Dissonanz, die Schonung der natürlichen Ressourcen natürlich, als soziale Norm, rational, anerkannt, Konsens, aber sozusagen eine Art schonendere Verwendung oder auch Verwertung der menschlichen und sozialen Ressourcen für viele ein unterschwellig vielleicht vorhandenes emotionales Bedürfnis, eine Sehnsucht. Das heißt, bei diesen Szenarien haben wir gesehen, alle Komponenten, die mit Entlastung zu tun haben, finden die größte Akzeptanz. Zweite These, die auf der ersten aufbaut, das heißt, man kann sozusagen das Mensch-Natur-Verhältnis nicht ohne den Zusammenhang mit den Mensch-Mensch-Verhältnissen weder verstehen und wahrscheinlich auch nicht verändern. Die hängen irgendwie zusammen. Das kommt schon daher, die Ressourcen-Nutzungstreiber, die man so am wichtigsten findet, sind Anforderungen des Alltags, Zeit und Geld sparen, effizient sein, erfolgreich sein, Leistung bringen, im Wettbewerb mithalten. Und dafür, um das zu erreichen, dann ist es einem gerade egal, wenn man dann doch noch ein paar Kilometer mehr mit dem Auto fährt, einfach, weil es schneller geht oder dies und das verbraucht. Das ist halt der Rohstoff, der den Alltag im Gang hält. Und gleichzeitig, wir hatten es auch schon, das Wachstum als Garant für Stabilität. Und Wirtschaft ist auch ein Mensch-Mensch-Verhältnis. Natürlich auch vielerorts einfach Bequemlichkeit, Faulheit, Luxusbedürfnisse sind Ressourcentreiber, machen wir uns nichts vor. Aber man kann zusammenfassen, zumindest aus Sicht dieser Studien, dass so eine existenzielle Absicherung als Voraussetzung für die Akzeptanz eines ökologischen Umbaus, sprich eines tiefergehenden Wandels in Richtung Nachhaltigkeit für die Gesellschaft nötig ist. Das Stichwort nochmal, der Angstfreiheit im Wandel. Wenn man nicht mehr Angst haben muss, ganz abzustürzen, lässt man sich vielleicht auf viele Experimente auch eher ein. Und für unser Thema Luxus heißt es dann, Luxus bedeutet nicht mehr, sondern Luxus bedeutet einfacher, leichter, entspannter. Dritte These hatten wir ebenfalls. Der Faktor Zeit spielt eine zentrale Rolle. Zeit ist die natürliche Ressource der individuellen Lebenswelt. Sie regeneriert sich ständig, aber sie ist ständig knapp. Man kann sie nicht vermehren, aber man kann sie mehr oder anders nutzen. Und Zeitmangel, ich erinnere an Rosa, eine elementare Alterserfahrung. Und wie wir die Zeit verwenden, hängt sowohl von den Mensch-Mensch-Verhältnissen ab. Wie gehen wir miteinander um? Was müssen wir bringen, damit wir anerkannt sind, damit wir Chancen im Leben haben und so weiter? Arbeit, Reproduktion, Interaktion kostet Zeit. Als auch das Mensch-Natur-Verhältnis, denn Ressourcen können Zeit sparen. Natürliche Ressourcen können Zeit sparen, helfen. Und wenn wir viel Zeit aufwenden, um viel zu produzieren, dann verbrauchen wir auch viel Ressourcen. Ich möchte noch auf eine andere Studie, der amerikanischen Soziologin Juliette Schorr hinweisen, die einfach mal durchgespielt und gerechnet hat, was Arbeitszeitverkürzungen in diesem Zusammenhang bringen könnte. Sie bringt das Stichwort der dreifachen Dividende. Das ist eine höhere Lebenszufriedenheit, eine geringere Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen und lebendigere Nachbarschaften, könnte man auch übersetzen, als bessere soziale Verhältnisse, besseres Miteinander und so weiter. Das Ganze ist kein Automatismus, diese dreifache Dividende, mit Sicherheit nicht, sondern sie ist von einem sozialen Wandel, der erst noch stattfinden muss, von Leitbildern, wie wollen wir denn leben und so weiter abhängig. Auch dazu haben Johannes Buhl und dann auch ich in Artikeln, die Sie in den Quellen nachlesen können, etwas publiziert. Insgesamt, und jetzt komme ich wirklich zum Schluss, Luxus und Nachhaltigkeit, beziehungsweise nachhaltiger Luxus oder luxuriöse Nachhaltigkeit, muss nach dem Gesagten und Gezeigten vielleicht, können wir dann diskutieren, auf drei Komponenten aufbauen. Entlastung, existenzielle Sicherheit und Entschleunigung. Und nach den Definitionen, durch diese drei Komponenten erreichen wir die Bewahrung der Regenerationsfähigkeit, der Ökosysteme und der Lebewesen, die sich auch regenerieren müssen, insbesondere wir Menschen. Und für Luxus heißt es eine etwas andere Definition. Da ist es den normalen Rahmen überschreitend. Hier wird man sagen, Luxus wäre dann eine den normalen Rahmen unterschreitende Zeitverwendung, Zeitaufwand. Und um das nochmal mit dem Bild oder dem Prinzip der Acht-Tonnen-Gesellschaft des Wuppertal-Instituts in Verbindung zu bringen, 20 Quadratmeter Wohnfläche, vegetarische Ernährung, 1000 Kilometer im Jahr und eine 15-Stunden-Woche. Auch dazu gibt es von dem holländischen Autor Rütt-Bregmann ein Buch, das sich damit auseinandersetzt, wie das möglich wird und das es inzwischen auf die Spiegel-Bestsellerlisten geschafft hat. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Wie gesagt, die Quellen und Literatur, die ich benutzt habe, sehen Sie, können Sie wahrscheinlich nicht lesen, aber dann eben auf meiner Website nachschlagen, wenn Sie möchten. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.